Gut, dann bitte ich euch, in die Atmung zu gehen, die Hände in den Schoß zu legen, die Augen sanft zu schließen und dich hinzugeben an deinen ureigenen Fluss. Und dich hinzugeben an den Fluss deines Atems. Ich atme ein, ich atme aus und ich schenke mir mit dem Einatmen mein allerschönstes Lächeln. Ich begrüße mich mit diesem Lächeln und erfreue mich daran, dass ich heute hier und jetzt sein kann. Diesen Tag genießen kann, in meinem wunderbaren, einzigartigen Körperrohr. Ich schenke mir ein Lächeln der Freude, dass es mir möglich ist, mir selbst zu begegnen, mir Zeit und Raum zu schaffen, um anzukommen in mir selbst, bei mir selbst. Atme ein und lasse dein Lächeln hinabgleiten zu deinem Herzen, um dein Herz lächelnd zu begrüßen und das warme Zurücklächeln deines Herzens aufzunehmen, dich daran zu erfreuen. Atme ein und lasse mit deinem Lächeln deine kleine, kristalline Kugel über die linke Nasenöffnung bei Frauen in deinem Körper gleiten. Lasse diese kleine, kristalline Kugel mit deinem Lächeln aufsteigen bis zur Mitte deiner Stirn. Und erfreue dich daran, dass deine Zirbeldrüse, dein Stirnchakra nun geöffnet, aktiviert wird, damit du in der Lage bist, mit all deinen Sinnen durch diesen Tag zu gehen, deine Sinne zu entfalten und sie zu genießen, wahrzunehmen, dich einzulassen, auf dein hell fühlen, hell hören, hell riechen, hell schmecken, auf dein hell sehen. Alles erstrahlt in dir und rund um dich durch die Eröffnung deiner Sinne. Weiter fließt die kleine, kristalline Kugel in die Mitte der Mitte deines Kopfes. Um auch hier all deine Zentren lächelnd zu begrüßen und dich darin zu erfreuen, wie wunderbar es ist, aus dem Vollen zu schöpfen. Ich lebe mein Leben mit meiner vollen Möglichkeit, mit all meinen Potentialen und Fähigkeiten. Weiter fließt die kleine, kristalline Kugel hinab, zum Gaumen, durch die Kehle, hin zu meinem Herzen. Mein Lächeln erstrahlt in meinem Herzen, in meiner Kehle, in meinem Gaumen und verstärkt. Diese wunderbare, reinigende, öffnende und klärende Energie meiner kleinen, kristallinen Kugel Ich öffne mein Herz, um Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. In jedem Augenblick. In jedem Moment meines Daseins. Weiter fließt die kleine, kristalline Kugel hinab, zum Wurzelschakra. Um mein Wurzelschakra zu eröffnen. Das Lächeln zu begrüßen und zu danken dafür, dass ich so gut verwurzelt bin. In mir selbst. Verwurzelt in der Erde. Verwurzelt im Universum. Weiter fließt die kleine, kristalline Kugel nach oben, bis zwei Finger breit, oberhalb des Nabels. In die Mitte der Mitte meines Körpers. Um sich hier auszubreiten. Raum zu nehmen. Im Ursprung meiner Seele, in meinem Punkt des Lichts. Anzukommen mit einem Lächeln. Im innersten Kern. Im innersten Dasein. Er öffnet neue Möglichkeiten. Mein Lächeln öffnet neue Doore. Bringt Energien ins Fließen, die bisher stagniert waren. Öffnet mich für neue Empfindungen. Atme und lächle. Und genieße es, angekommen zu sein. Eben. Und college Zeit. Auf einem euer Schäuze. UngefийIEL. Detelung meiner Meinung. Wenn du im Moment. aus blöменником, den girl und Wohnung digit art Overpalast. Aberari hören es mich noch nicht. Wie solltest du commencé. Und dann wegen des, von fünf ک kittenen. In der Mitte. Der Method des Initiations. Und morgen aus! Und ab. Die, bis zum Beispiel. Die, bis zum Beispiel. Der Hardweg rauskling. Bah grows und expansBI Вы œuvre. Mit einem stimuler das Leben aus. Aktiviere dein Feld der Verbindung, diese beiden wunderbaren Pyramiden, die es dir erlauben, fest verbunden zu sein mit der Erde, mit deinem Körper, mit dem Universum. Fühle, wie durch diese starke Verbindung sich deine Wirbelsäule entlastet. Deine Schultern sich befreien von allem, was auf ihnen gelagert war. Deine Lungen sich entfalten. Ihre Lungenflügel ausbreiten, sich weiten, um Raum zu schaffen in deiner Brust. Und mit dem Entfalten deiner Lungenflügel, sich deine Schulterblätter entlasten. Sich öffnen und deine Flügel zum Vorschein kommen. Denen du hierher gekommen bist, auf diese Erde. Entfalte deine Flügel. Fühle, was es bedeutet, großartig, mächtig, lichtvoller zu sein. Und das ist ja, ähm, palms zu lassen. Die Flügel, dann kommt bonde. Und durch diese Jahre. Ich hoffe, dass du im飾研. Wenn es in der Richtung, Ahh mal dort Ich hoffe, dass du ein woofer blam, Junge, lass du riskierst. Zusammeln vertrehen. Wenn du sieком, alles alleine sein ist, sieht. Alles hier tafter. Duuga in den ich Brust. iling, ogeneouszibey. Aktiviere dein Feld der Reinigung und setze den Impuls, dein Feld der Reinigung in Schwingung zu bringen, um dich selbst zu reinigen, all deine Körper, deine Zellkörper, dein Haus, deine Wohnung, dein Umfeld. Mutter Erde, das Universum und all die Universen dahinter, dein Feld der Reinigung schwingt, öffnet sich in all die Bereiche, entfaltet sich in seiner Großartigkeit. Schwinge mit ihm. Und nimm wahr, wie gleichzeitig dein goldener Strahl herabfließt aus dem Weiten des Universums. Um dich in der Mitte deiner Stirn zu berühren, durch deinen Kopf hindurch zu fließen, um an deinem Atlas wieder auszutreten aus deinem Körper. Nimm wahr, wie dieser goldene Strahl schwingt, wie er linksdrehend alles bereinigt, deine Gedanken leert, dich beruhigt und dir zeigt, dass du sicher bist. Und über die rechte Drehung du alles in dein Leben reinholen kannst, was dir dazu dient, in Leichtigkeit und Freiheit, lustvoll, liebevoll zu leben. Ohne Begrenzung. Richte deinen goldenen Strahl auf. Lass ihn werden zum Trichter. Zum Kelch. Zum Kelch. Und über die Rechtsdrehung in ihm zu baden. In diesem wunderbaren goldenen Trichter. In diesem goldenen Kelch. Erfüllt der Energie des aktorianisch-grünen Energiefeldes. Magnetisch. Anziehen. Bade in diesem Feld. Und setze bewusst den Gedanken, dass du alles über diese Kraftquelle in dein Leben hereinfließen lässt. Was dich fördert. Unterstützt. Es dir möglich macht, dein Leben so zu leben, wie du dich glücklich fühlst. Dein Leben so zu leben, dass dein Herz schwingt und klingt. Und alle Schatten, die da noch sind, ihren Raum bekommen. Ihren Platz. In dem Wissen, dass auch die Schatten in dein Leben gehören. Zu dir gehören, da du dich noch bewegst. Im Feld der Polarität. Wenn du deinen Schatten erlaubst, Raum zu nehmen. Den Raum zu nehmen, der ihnen zusteht. Mit dir in Kommunikation zu sein. Verbunden zu sein, ohne Abtrennung. Kehrst du zurück in diesen Tanz, in diesen Ausgleich. Du kannst dich einbändeln. Auf deiner Ebene der Polarität. Licht und Schatten. Tag und Nacht. Ying und Yang. Alles gehört dazu. In der Aktion, die Ruhe. In der Ruhe, die Aktion. Erlaube dir selbst, die richtige Mischung zu leben. Und löse dich. Von dem Gedanken, etwas trennen zu müssen. Bade in Lichtfeld. Zer wunderbaren, kraftvollen Energie. Bade in Lichtfeld. In diesem lichtvollen Strahl. In diesem lichtvollen Strahl. In dieser starken Verbundenheit. Und genieße es, anziehend zu sein. Ein magnetisches Feld aufzubauen. Um deine Energie zu schwingen. In deinem Energiefeld zu sein. Ausgeglichen. Harmonisch. Wohl wissend, dass alles zu dir gehört. Alleine sogenannten guten und schlechten Seiten. Und dass du nun bereit bist, diese Bezeichnung aufzugeben. Zu wissen, dass alles zu dir gehört. Schafft ein neues Wohlbefinden. Schafft ein neues Wohlbefinden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.